Der FarmBot ist ein Open-Source-Pflanzroboter. Wir von der Forschungsgruppe Ökotechnologie haben eine Angeschaft, um zusammen mit Studierenden weiterzuentwickeln. Der FarmBot kann säen, bewässern und auch gut jäten. Was er aber noch nicht kann, ist selbstständig ernten. Darum hat Linus in seiner Bachelorarbeit ein Erntewerkzeug für Rüebli entwickelt. Ich bin Linus. Ich habe hier an der ZHW Umweltingenieur studiert mit der Vertiefung EÜ. Ich habe die Bachelorarbeit gewählt, weil mich die Technik sehr fasziniert. Andererseits hatte ich als gelernter Polymechaniker sicherlich Vorteile, um da etwas mechanisch entwickeln. Das erste Werkzeug, das ich entwickelt habe, ist der Freileger. Der Freileger räumt die Erde rund um das Rüebli herum weg. Das zweite entwickelte Werkzeug ist der Greifer. Dieser greift das Rüebli von oben und zieht es aus der Erde. Ein besonderes Highlight war, dass diese Werkzeuge auch wirklich beim ersten Test völlig einwandfrei funktioniert haben. Unser Ziel ist, den FarmBot auch in Zukunft zusammen mit Studierenden weiterzuentwickeln. Mir hat die Bachelorarbeit sehr gefallen. Das Technische, vor allem das Mechanische. Und ich würde so eine Arbeit gleich nochmal machen. Aber auch beim Spanief Band Um das zu begehen gehen. Wieladı es schon mal auf die Alright-Die Maurer, Untertitelung des ZDF, 2020